Hi Leute, willkommen zurück zu einem nächsten Lotto-Video. Nein, wir nennen das Ganze jetzt um in Loot-Lack. Ja, Lotto-Video war ja früher bzw. damals, vor allzu langer Zeit, bedacht auf die ganzen Würfelchen, die wir so erfahren bzw. gesponsert bekommen. Da ich eigentlich gar keine Lust auf Würfel habe und so nach und nach das Ganze auch ein bisschen abflacht, habe ich mir gedacht, wir benennen das Ganze um in Loot-Lack oder, ja, Loot. Ihr könnt euch Namen ausdenken, schreibt es in den Kommentaren, wie du das am besten nennen würdest, denn wir identen ja größtenteils jetzt nur noch Items und das nennt sich Loot, Loot-Drop, Loot-Lack. Loot-Lack finde ich persönlich nur am besten. Schreibt mal in den Kommentar rein. Und ja, wir haben bis jetzt immer so den Barb gezockt bzw. auch dementsprechend Barb-Items gefunden. Hier und da mal den Crusader, allerdings habe ich mir gedacht, komm, wir bringen mal ein bisschen Abwechslung rein. Und somit habe ich jetzt die letzten Tage aktiv den WD gespielt. Ja, den WD. Das heißt, diese Folge wird zu 80, 70, 80% WD-Items erhalten und so 30% dann Barb-Items, weil wir gerade Competition hatten, Legendary Competition und ich das natürlich jetzt mit euch idente. Das heißt, wir gehen erstmal auf unseren, ja, Hexendoktor. Was habe ich denn gesagt? Ich meinte Hexendoktor, ich weiß gerade nicht, was ich gesagt habe. Ich werde alt. Ich werde alt, verdammt. Und wir gehen auf Qual 6 natürlich. So, also ich habe viel, viel mit dem Hexendoktor gespielt. Was habe ich denn gesagt, Mensch? Ich würde jetzt gerne zurückspulen, aber dann müsste die Aufnahmen abbrechen. Oder neu anfangen. Habe ich auch keinen Bock drauf. Deshalb lassen wir das jetzt so. Hexendoktor, verdammt. Und, ähm... Boah, es ist laut. Und, oh, da habe ich noch viele, viele Items sehe ich gerade, weil ich vorhin noch die Blutsplitter rausgeballert habe. Machen wir hier natürlich auch mal ganz schnell. Zack, 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 zack. So, sehr gut, okay. Also, wie gesagt, ähm, ich habe viel, viel gefunden mal wieder. Und, äh, viel auch, was echt gut ist, was neu ist, was ich so noch nicht kenne. Und, äh, ist halt WD, ne? Und ich würde sagen, wir machen als erstes die Bounties auf. Nochmal danke an die Spender, die mir die übergeben haben. Weiß jetzt nicht genau, wer es war. Findet ihr? Geht's noch? Findet ihr aber auch in der, ähm, Bounty-Spenderliste. Ihr dürft natürlich auch weiterhin gerne Bounties spenden. So, wie ihr seht, von Zieligkeit her sitze ich hier echt noch, äh, auf dem Almer, weil ich, äh, bisher noch nichts identiert habe. Das heißt, ich habe mit dem gefarmt und, äh, aber noch nichts gefunden, beziehungsweise noch nichts identiert. Dementsprechend dasselbe gekübt wie vor einer Woche. Und, äh, damit ich das sich jetzt hier ändern kann, machen wir das kleine Lotto-Video. Loot-Video. Gucken, vielleicht fällt was raus. Oh, ein Legend... Zwei Legendaries. Schulterschutz und zwei... Ach! Ach, das ist für... Für Crusader. Ah, okay, dann habe ich den wahrscheinlich mit dem Crusader angenommen. Würde ich mal so meinen. Nein, 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 komm zurück. Aber gut, zwei Legendaries aus sechs Truhen oder sieben Truhen, das ist ja schon mal ganz nett, wie ich finde. Also, das ist... Goblin, ey. Hörst dich an wie aus einem schlechten Porno-Film. Der Porno-Goblin. Rüchte da jemand an? Wollte mich da jemand anrufen? Hm, nein. Fazer Bock. So, das kommt mal ganz schnell mit. Und dann wird das gleich mit Identity, was wir hier so haben. Oh, Goblin, hier machst du mir ein bisschen Angst. Ein klein wenig machst du mir Angst. Ja, und ich will aktiv jetzt auch erstmal den WD-Biss zocken. Das Jadis-Set komplett kriegen. Den Pet-WD wieder hochholen, sozusagen. Hoch- und rausholen. Und ich bin mir echt spannend, was wir so finden. Was wir so kriegen. Und was uns verbessert. Weil hier haben wir wirklich einen Chart, der wirklich noch verbesserungswürdig ist. Wo man auch wirklich noch ansetzen kann. So, warte mal. 15 Stück. Das ist super. Das kann weg. Und dann haben wir schon mal die ersten Items. So, da habe ich wieder auch ein paar Items, die ich gerne aufheben würde zum Schluss. Zum Beispiel hier. Der Ring des großen Mannes heißt der, glaube ich. Dann haben wir hier noch DJ Rahms Maske. Das kann alles schon mit Identity werden. Das kann auch alles Identity werden. So, und da sind wir schon voll. So. Und ich würde sagen, wir denten das jetzt alles zusammen. Und ich bin gespannt, was dabei rausfällt. Fall in Fantasy Musik. Passt gerade so. So, was haben wir denn hier schickes? Ich habe übrigens wieder einen Donnerzone gefunden. Gerade in der Competition. Ist nicht so, als hätte ich nicht erst 10 Stück davon. So, treues Andenken. Müll. Dann haben wir Schulterpanzer des Skelettkönigs. Wenn die Tüte in Schaden leidet, besteht deine Chance, schieß mich tot. Weg. Dann haben wir nochmal den Seelenberster. Den haben wir schon. Ich muss gucken, welcher besser ist. Lassen wir erstmal die gröbsten Stiefel. Die sind leider Müll. Dann haben wir die Verwehrung. Sun Archive's Mass. Mass. Wenn sie 5-5-5-5-5 haben. Okay. Da ist aber Müll. So leid, das mir tut. Und die Magierfauce. Die ist sogar gar nicht so schlecht gerollt. Wobei, Angriffsschwindigkeit. Okay. Ist minimal. Aber gut. Der kritische Trefferschaden ist da. Ja, Feuerfertigkeiten 20%. Roll ich Vitalität runter. Habe ich noch zusätzlich Treffer-Chance drauf. Nettes Ding. Lassen wir. So, dann haben wir hier den Exarian. Monsterjäger. Weiß ich nicht. Fand ich nie so toll. Sultan kann aufwecken. Dann haben wir das Großvisier. 80% mehr Gold von Gegnern. Das war es dann auch schon. Nicht so toll, wie ich finde. Dann haben wir einen Mempo. Ohne Crit. Scheiße. Was haben wir damit? Mempo ist eh so ein Item. Das kannst du eigentlich nicht mehr brauchen. Ehemals besten Slot und mittlerweile echt für den Arsch. So, was haben wir denn hier? Die Karneval-Fratze. Wie geil. Wenn ihr Giftweil abschießt, verschießen eure Fetische jedes Mal einen zusätzlichen Giftweil. Das ist natürlich cool. Und Fledermäuse werden direkt gepusht. Hat Crit-Chance drauf. Boah, das Ding ist gut. Da kann man jetzt LOH runterrollen und dafür dann Sockel rein. Das ist gut. Das heben wir mal auf. Nagelring. Was hat der? 27% im F. Das ist Müll. Ah, der ist auch Müll. Da ist nix drauf, was man braucht. Au, was soll ich denn damit, Mensch? Schwarz wäre ebenfalls zwei Händlers Müll. Haben wir hier Band der behüteten Geheimnisse. Auch Müll, Mensch. Was soll ich denn mit dem Scheiß? Mann. Okulus. Schieß mich tot. Weg damit. Na, armstehende Nemesis. Die sind in dem Fall kacke gerollt. Warum auch nicht? Rollt irgendwie alles kacke. Gut. Das war schon mal... Warte mal, hier ist noch Band der behüteten... Achso, das sind die zwei, die ich drin habe. So was, die muss ich noch tauschen. So. So. Teilweise laufe ich mit MFG rum. Teste das immer gerne aus. So, was haben wir denn hier? Äh, ruft Schattenklone zu eurer Hilfe, wenn ihr einen Gegner betäubt. Dieser Effekt kann nur einmal all 30 Sekunden auftreten. Weiß ich nicht. Ist das Ding was wert? Ist das gut? Ich hebe es mal auf. Ich weiß es nicht. Bin mir unsicher. Das wäre die erste Fuhre gewesen. So, ah, wir haben so viel Zeug hier. Das ist unglaublich. Tönerzorn, alles mit rein. Alles rein, du hast keine Miete zahlt. Ups, das war schon Identity. Das waren die von Kadala. So, das kann man mit rein. So, warte mal. Das kann hier mit hin. Das kann getauscht werden. Das kann da mit rein. Das kann getauscht werden. Die, äh, Legendaries... Also die Set-Teile gucken wir uns gleich an. Das brauche ich gar nicht aufheben, Mensch. Vercraften wir gleich. So, das, das. Das, das. So, sollte es gewesen sein, ne? Ja. Okay, und die heben wir gesagt, äh, heben wir uns auf. Dann haben wir noch den Donnerzorn. Die heben wir uns auch mit auf. Und ich würde sagen, nächste Fuhre wird Identity. Ich bin gespannt. Vor allem auf den Ring nachher. Weil der ist gut für ein Pet-WD. So, gucken wir mal, was wir hier Schickes haben. Also, wir haben hier die, äh, Fratze von Ginyu. Beschwört ein Fetisch-Armee, nachdem ihr zwei Elite-Gegner getötet habt. Wow. Das ist gut. Äh, behalten wir mal. Bin mal gespannt. Wobei, Gerams Maske ist um einiges besser, ne? Ja, egal. So, entweite Schulterpanzer. Auch hier wieder Müll. Die Entscheidung. Müll. Armboss-Tolz. Müll. Abscheu-Schutz. Müll. Wobei, die... Boah, ich hab noch einen 60er. Warum ist mein 60er besser als der 70er hier? Macht gar keinen Sinn. Kapitel. Hä? Kann doch gar nicht sein. Mein Abscheu-Schutz hat 157 Intelligenz und der hat 433... Achso, der... Ach, der hat Stärke drauf. Alles klar. Gut. Ist schon erledigt. Wollte ich schon sagen, ey. So, Odin-Sohn. Ich wollte ihn erst verkraftet. Weg damit. Burkatus kann auch weg. Braue ich nicht. Sultan hatten wir gerade schon. Auch weg. Wir klagen der Herrscher. Ja, hat Stärke drauf. Brauchen wir nicht. Dann haben wir nochmal den Schnitt. Oh, der Duft der Zeit. Leider doof gerollt. Okulus-Regen. Ach, Stärke drauf. Wollte ich gerade sagen. Der ist gar nicht so schlecht. So, zwei Flechtringe. Alter Fall. Da haben wir rum zur Hölle. 12, 13. Hier habe ich noch einen. Ach, der hat 15. Das heißt, der ist doof. Und die sind gar nicht so schlecht hier, ne? Hm. Beide gar nicht so schlecht, finde ich. Beiden wir beide mal. Gucken. Schilankes Kette. Der Aufhänger vom Kriegsschall. 35%. Okay. Lassen wir mal drinnen. Könnte man vielleicht nur brauchen. Gürtel der Titanen. Der kann weg. Oder? Ich gucke gerade. Ich überlege gerade. Ach, der hat eh Stärke drauf. Weg damit. Leoryx Krone. Nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht so überragend. Kann man sich aufheben. Beziehungsweise kann man sich sparen, Mensch. Ach, mein Nase juckt. Kriegt noch einen drauf heute, wie immer. Ach, ich sag doch, mein Nase juckt. So, Entschuldigung. Popel hängen? Nee, ne? Gut, alles klar. Trotzdem, Vorsichtshaber hier. Guckt mich nicht an. Ach. Naja, Allergiker. Viele von euch werden das Problem kennen. So, also, wir haben jetzt hier noch ein paar Items. Die packen wir erstmal beiseite. So, und dann haben wir jetzt hier noch drei Items, die wir manuell identen, weil sie wirklich relativ gut sein können. Und das ist einmal hier der Ring. Und die Maske. Donnerzorn, okay. Haben wir mittlerweile schon viel. Aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was beim Donnerzorn rauskommt. Und. Stärke, IAS, Sockel. Ja, könnte man einen Schaden noch drauf holen, ne? Der hat schon einen relativ hohen Schadenswert von Haus aus. Kann man auch Schaden drauf holen? Ist nicht schlecht. Heben wir auf. Dann haben wir die Jerams Maske. Da haben wir schon eine an. Ich bin gespannt. Vielleicht ist die besser. Man darf munkeln. Und hat sie. Kein Crit drauf. Schade. Aber ist jetzt auch nicht so schlecht. Ich muss mal gucken. 90% mehr Schaden. Und sie hat mehr Intelligenz drauf. Das ist nämlich das Geile an dem Ding. Jetzt ist die Frage. Was rolle ich runter? IAS oder Vitalität? Ich würde fast sagen. Boah. IAS haben wir genug. Ach, IAS. IAS haben wir genug. Gutes Ding gehauen. Ja. Da haben wir ein gutes Ding gehauen. So, dann haben wir noch den Ring des Großmannes oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber das ist auch ein sehr gutes Item. Sehr selten, soweit ich weiß. Ich bin gespannt. Wird es uns helfen? Wird es uns weiterbringen? Wir gucken mal. So. Zombie-Hund beschwört einen einzelnen riesigen Hund. Die mehr Schaden verursacht. Was der mehr Schaden verursacht. Und über Leben verfügt. Als alle anderen Hunde zusammen. Wow. Hat Angesgeschwindigkeit drauf. Gar nicht so schlecht eigentlich, ne? Habe ich da noch Krit-Chance drauf? Das ist das Ding richtig gut. Wie viel habe ich denn derzeit? Kritische... 54, Mensch. Boah. Das ist wirklich nicht schlecht. Pass auf. Das machen wir direkt jetzt mal. Haben wir jetzt hier noch live in der Folge. So. Da haben wir einmal die Maske, haben wir gesagt. Da holen wir jetzt Angriffsgeschwindigkeit. Ach. Was habe ich denn mit Angriffsgeschwindigkeit, verdammte Axt? Ich meine natürlich RRS, Mensch. So. Oh. Krit. Bitte, bitte, bitte. Und? Gehe hier schon mal nicht. Wir brauchen Krit. Ach Gott. Einen? Einen Staub kostet das nur? Das ist günstig. Da sollte man eine Weile rollen können. Bis wir auch Krit kriegen. Bam, 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 bam. Ah, komm schon. Ah. Fünf. Komm. Ein Prozent. Geh noch drauf, Mensch. Sechs Milligramm. Wie viel sind wir denn jetzt pro Roll? Sechstundert. Wir haben es ja, ne? Ah. Ja, ja. Ich weiß nicht, wenn ich mein Gold loswerde hier. Komm, den einen Prozent möchte ich gern haben. Bis eine Million rolle ich. Oh, ich bin dabei eine Million. Komm, einmal noch. Das ist so ein bisschen die Sucht, ne? Das ist echt die Sucht. Das verteufelt ist das. Dann können wir dann nämlich auch einen anderen Stein reinpacken. Ach hier, den wollte ich noch hier rollen. Und zwar hauen wir hier drauf. Leben pro Treffer, Leben pro Sekunde. Das ist jetzt die Frage, ne? Ich würde aber sagen, Leben pro Sekunde weg. Weil Leben pro Treffer sollte auch mit den, äh, mit den Pets proggen. Das heißt, dass wir auch von unseren Pets dann die Leben mit reinbekommen. Hoffe ich. Andere reguliert, Leben pro, brauchen wir die Leben pro Sekunde raus. Komm schon, komm schon, komm schon. Kritt Chance. Ist schon mal was? Oh, jetzt fehlen noch unsere Steinchen. Aber gut, das ist schon mal nicht schlecht. Die Frage ist jetzt, welchen tauschen wir aus? Ach, der hat Stärke drauf, der Leorick-Ring. Dann würde ich den hier nehmen. Leoricks-Ring raus. Weil der hat hier schönen Trifektor drauf. Der auch, okay, aber der hat Vitalität. Bringt uns noch ein bisschen Zähigkeit. Das ist schwierig, ne? Das ist wirklich schwierig, muss ich sagen. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben. Was würdet ihr davon nehmen? Manchmal bin ich auch relativ unsicher. Ja, gerade bei Klasse, die man nicht wirklich spielt. Und wo man den Pet jetzt, ach, äh, dem Bild auch nicht wirklich so pralle ja, kennt. Ist ja was anderes, wenn du jetzt hier, was weiß ich, 20, 30 Stunden mit dem Bild gespielt hast. Weißt, wo es drauf ankommt. Als wenn du jetzt hier erstmal drauf achtest, was du, äh, ja, allgemein erstmal brauchst. Kein Tasker, schade. So, der Notion kann erstmal weg. So, was haben wir denn noch Schönes hier gefunden? Wir haben, äh, ach so, warte mal, wir gucken nochmal unsere Jade-Teile an. Was haben wir denn für Jade-Teile? Haben wir die? Das war's schon scheiße. Haben wir erst die zwei Teile? Nee, oder? Mal ein paar Händchen. Fesseln das Ansucher, das Erde-Set. Boah, das war's. Milliarde Teile haben wir nicht. Haben wir erst drei? Natürlich scheiße. Aber gut, jetzt nicht weiter tragisch. Denn wir haben hier ein Teil dabei, was relativ gut ist. Das wäre das Ding hier. Und, ähm, das ist wirklich nett. Weil da rollen wir jetzt Angriffsgeschwindigkeit drauf. Und dann haben wir da schon mal was Nettes drauf. Das kann man dann nutzen. Ähm, Ressourcenkosten kann man dann immer noch umrollen, je nachdem, was man braucht. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel dann auf Jade zocke, boah, warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, ne? Wir haben ja Feuer. Das heißt, wir brauchen die Magier-Faust, die wir vorhin gemacht haben. Diese hier wäre ganz nett. Ja, alles andere macht keinen Sinn gerade. Dann packen wir uns zu einem anderen Donner-Zorn hier. Ich hab vorhin erst einen verkraftet. So. Gucken wir da nochmal. Aber hier können wir doch jetzt einfach Ressourcen kosten. Ach, nee, gar nicht. Hier, warte, was ist denn da alles drauf? Was ist da drauf schauen? Vitalität würde ich jetzt runterrollen. Was haben wir hier drauf? Ja, okay. Vitalität runter. Boah, die ist schon nett, ne? Die Jade-Ernter. Aber gut, die haben halt Feuerfertigkeiten mit drauf. Was nochmal schön, ja, auf unsere Feuerfertigkeiten skaliert. Wie viel haben wir denn derzeit? 39 Prozent. Da holen wir nochmal einiges mehr raus. Hab ich jetzt verdrückt? Nee. Nee, nee, nee. Hab ich nicht. So. Ja, guckt doch mal einer an, Mensch. Wunderhübsch ist das. Wunderhübsch. So, jetzt würde ich schon fast das Aukelzett nochmal craften, einfach so nebenbei, damit wir ein bisschen was haben für unser Level. Warte mal, wir brauchen einmal Beinschutzgürtel. Ah ja, ich weiß, es hat jetzt nichts mehr mit dem mit dem Loot-Video zu tun. Aber vielleicht den einen oder anderen interessiert das vielleicht noch. So, warte mal. Aukelz. Kraft. Pah. 22 Teile können wir machen? Heilige Scheiße. Jetzt muss ich gerade gucken. All-Race ist hier drauf. Oder Bonds. Nee, würde ich ja das hier nehmen. Sollte auf jeden Fall besser sein als unser Absteuerschutz. Oder auch nicht. Aber wir können ja genug davon craften. Wir haben ja genug Mets hier. Da ist das jetzt halb so schlimm wie zum Beispiel das Ding hier. Das ist doch nice. Fetisch-Armee um 10%. Läuft. So, Widerstand des Wächters. Was war das denn, ey? Warte mal. Das war Handgelenke. Das sind Gürtel. Wir brauchen Handgelenke, verdammt. Stiefel. Hä? Schon 10 Mal dran vorbei. Scrollt wahrscheinlich hier. Kopfschutz. Handschuhe. Gürtel. Hose. Handgelenke. Da sind sie. Okay. Dann haben wir hier nochmal Aukelz. Können wir mal gucken. Vielleicht finden wir was Schönes. Boah, 120, ey. Alter. Sind die Schweine teuer. Kannst dir doch gar keiner zählen. Pah, das tut schon ein bisschen weh, muss ich sagen. Ja gut, hiermit kann man was anfangen. Die können zumindest umrollen. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich keine Metz mehr dafür haben. Wir gucken mal. What? Achso, ich wollte es schon sagen. So, haben wir zwar nur 15%. Aber können wir hier Leben pro Sekunde runterrollen und dafür dann in dem Fall Crit-Chance drauf. Dann sind die schon mal ganz nett. Oh, damn. So muss das laufen. Damit sind wir jetzt bei 3 Millionen. Knapp 1 Million Schaden. Und insgesamt Feuerschein 55%. Ach, die wollten wir rum. Genau. Da haben wir da nämlich noch ein bisschen mehr Zähigkeit. Warte mal. Da holen wir ein... Ah. Ab Klingzeit brauchen wir eigentlich gar nicht. Da brauchen wir einen lila Sockel. Einen lila Stein. So, machen wir nochmal ganz schnell. Ja, vom Schmuck her kann man das erstmal lassen. Schön Angriffsgeschwindigkeit drauf, was wichtig ist. Wobei wir noch relativ wenig haben. 1,62. Das ist wenig. Machen wir 3,5 Millionen. Knapp 1 Millionen Schaden. So. Und somit jetzt auch hier 4,2 Millionen Zähigkeit. Aber unsere Angriffsgeschwindigkeit, ey. Die ist noch zu langsam. Ich weiß nicht warum. Müssen wir gleich mal gucken. Beziehungsweise gucke ich. Denn für euch ist jetzt hier Feierabend. Für euch ist Schluss. Wenn alles klappt, seht ihr bald ein Padbild. Weil das Ding ist an sich schon ganz gut. Fast fertig. Und jetzt haben wir hier eine Minute Zähigkeit. Sehr geil. Und ja, ich brauche jetzt noch unbedingt die Tasca und Theo Handschuhe. Weil die sind dann ultimativ dazu. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao Leute. Ciao.